Hallo, ich bin Enesa, ich komme aus der Schweiz und heute ist genau der siebte Tag nach meiner Nasenoperation und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Arzt und mit seinem Team hier. Und vor allem geht es mir darum, gesundheitlich meine Atmung ist jetzt viel besser und auch die optische Korrektur. Ich bin sehr zufrieden und auch während den ganzen Tagen wurde ich vom Arzt und seinem Team begleitet via Anrufe oder auch WhatsApp-Videos, was ich machen muss. Ja, ein riesengroßes Kompliment von mir und von meinem Mann, der mich hier auch begleitet hat. Wir sind sehr zufrieden und ich kann Dr. Göxel und sein Team sehr gerne weiterempfehlen. Vielen herzlichen Dank noch einmal.